Das gefällt mir. Haha! Das ging ja schnell! Das ging schnell! Oh mein Gott! Es war 87%! Shit! Ähm... Es ist ja keine Christen, also bitte. Was machen sie schon nach Christen? Oh, das wird noch ein Kampf gegen das Christentum. Haha! Wenn die ganze Zeit Mönche ausholen müssen und so. Ja! Gehe von... Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Euer Wille geschehe! Seite vernichtet! Kivrus! Ja, das waren sowieso... Grenzstädter! Die sind ganz da oben. Die haben wirklich gar keine Chance gehabt. Die können sich nicht ausbreiten, wie sie wollen. Glaubt ihr mir? Wohin geht es? So! Ja, Kapitän! Werf den Anker! Wir segeln morgen weiter! So, hi! Oh mein Gott! Wir segeln morgen weiter! Okay, aber die sind doch gut. Ja! Dann geht doch mal hier hin! Wie ihr wünscht, Kapitän! Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän! Ja, wir sind wieder die Fortschrittlichsten! So! Wir machen weiterhin auf... Okay, hier haben wir sowieso... Hier können wir jetzt so high ausbilden. Gut. Bordell... Ähm... Ja, hier. Kaufmann. Und... Hier auch ein Kaufmann. So. Wie lautet euer Befehl? Ja, wir gehen hier hin. Bewegung! Euer Wille geschehen! Ja! Wir werden niemals aufgeben! Wie lautet euer Befehl? So. Ähm... Richtig coole Sachen. Wir brauchen auch Kämpfer. So. 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 Ja. Greift an oder lass mich in... Wohin geht es? Greift an oder lass mich in... Greift an oder lass mich in... Wohin geht es? Was soll das heißen? Ihr könnt mich sehen? Hahaha. Dummheit. Das Opfer kennt also seinen Attentäter. Glaubt ihr mir? Wendet euch nicht an mich. Ich antworte einem Hörer. Wer ist mein Ziel? Mein König. Benennt das Ziel. Wer oder was beleidigt euch mein König? Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Stoppe hier. Haha. Das ist ein schlechter. Das ist ein schlechtes Ziel. Das hat er sich selbst eingebracht. Das ist ein schlechtes Ziel. Wer ist weg in der nächsten Minute? Er ist weg. Jetzt? Der Tod geht um. Jetzt? Nein, wir nehmen das nicht ein! Verstellt doch?! Oh Gott. Wir müssen Entgegenwirken hier. Nein, die... 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 die lassen ihr so. Die sind nur noch gegenüber dem Tod. Ein bisschen. Kleiner. Oh, jetzt geht das Geld denn aus. Wir müssen ausbilden. Zu euren Diensten. Morgen setze ich meine Reise fort. Nein, bitte nicht. Apache, mach nicht etwas Böses. R.I.P. Apache, die haben keine Chance gegen die drei Reiche. Oh, du bist so... Hä? Wohin geht es? Was haben wir gerade mitgenommen? Nichts, okay. Wie ihr wünscht, ich sorge dafür. Wie lautet euer Befehl? Ja, führe unsere Armeen zusammen. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ja, Herr. Sofort. Krieg, ihr habt mein Bündnis nicht angenommen. Dann sterbt. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach mehr. Jetzt gibt es Hackfleisch. Jetzt gibt es Hackfleisch. Wir werden niemals aufgeben. Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wie lautet euer Befehl? Edle Feind. Ihr solltet... Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ach, ich sehe... Vergesst die Höflichkeit, Männer. Jetzt ist es nicht mehr gut. Da sterben alle ab. Da sterben alle. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Ihr Untergang ist nah. Wir haben ihre Länder erobert. Mein König. Ja. Segel setzen. Ja, Kapitän. Hä? Das ist Spanien. Das ist Spanien. Wir haben sie vernichtet. Das ist ja Spanien. Die haben da wahrscheinlich auch eine Kolonie. Okay. Mir egal. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wir haben sie vernichtet. Wir haben sie vernichtet. Dann heißt es... Hochgehen. Dieses Rebelle überfallen. Das ist ja mega fette Stadt. Gott. Die haben nicht mal, äh... Dinge gemacht. Muskelungshalle. Ein Lager hat... Ah, das ist für... Schiffe. Nee, nicht schlecht. Verwaltung ist aber zuerst wichtig. Nein. Ich will nicht dem daneben klicken. So, wenn wir einen Wachtturm, der 5 Kilometer groß ist. Ja, ja. Mein Herr. Okay, ähm... Anziehung. Hang zu. Notching. Ähm... Hier werden wir... ein Lagerhaus bauen. So, und hier werden wir noch einen Kaufmann bauen. So. Ähm... Spion, ihr geht mal weiter. Linja, ihr geht auch mit. Ja, mein König. Wie lautet euer Befehl? Mein König? Und, ähm... Kaufmann, du gehst mal... Einfach mal... Ja, hier hoch. Wenn unterwegs. Ähm... Wir haben hier ein sehr schönes Porträt. Wir haben hier überall... Wie kann ich dienen? Wir haben hier überall Kaufmann. So, wir speichern. Euer Wille geschehe. Edler Feind. Ihr solltet uns fürchten. Sie haben nichts besseres als den Tod verdient. Sie sind zerschmettert. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Stuba ist sehr wichtig. Und ihr geht jetzt hier hoch. Wie ihr wollt. Ich setze die Reise morgen fort, mein König. Wir haben leider einen guten... Einen großen Unterschied bei der Religion da. Wissen wir hier. Ähm... Ja, schnell handeln. Wir brauchen einen Spion. So. Ähm... Man... Einen reicht. Warte, zwei. Mache, zwei. Wie viel kosten die? Oh, nichts. Die sind teuer, aber... Wir haben Säuse jetzt im Wald. Genug. Wie ihr wünscht. Zurück an Land, Männer! Ja, mein Herr. Immer noch keinen. Ja. Segel setzen. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Aber mein Herr, das geht nicht. Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Ich denke nicht. Überdenke den Kurs bitte noch einmal, mein Herr. Das ist Säuse. Die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Ja! War diese Insel eigentlich schon... Unser? Von Eder? Oder ist das jetzt hier? Ich glaube, die ist neu. Da können wir hier oben... Auch einen... Haufmann hin tun. Können wir leider nicht, aber... Wir segeln morgen weiter. Wir können den rausnehmen. Und hier ausbilden. So. Dafür können wir hier... Schon mal... Nichts machen, aber egal. Wie kann ich die... So, weiter. Oh, da ist er richtig gut. Ja, natürlich. Flotte, was doch ist klar. Aber bald nichts mehr. Es ist schlecht, er hat auch keine... Straßen gebaut. Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr? Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, mein König. So, der Kurs geht eben noch um. Da müssen wir... Schon etwas... Besser... Aufpassen. Also Spanien greifen wir noch nicht an. Ist egal, ob die da unten irgendwas machen oder nicht. Cool. Ist so ein neues Erbe? Ist doch niemand gestorben. Hä? Ich verstehe es nicht. Ähm... Da, da. Was? Einer ist gestorben. Hideo ist tragisch gestorben. 1513. Nach Christus. Das heißt, er ist im Krieg gefallen oder ist er nicht im Krieg gefallen? Der hat fünf Kinder. Cool. Wir haben keine Meldung bekommen, dass er in der Schlacht gestorben ist. Da haben wir so wahrscheinlich einfach so gestorben. Naja. Also. Peking. Ihr macht ein Wirtshaus. Fusuu macht... ein Hotel. Gadong macht ja diesen. Wir werden niemals aufgeben. Ja. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ihr Schicksal ist besiegelt. Sie sind besiegt. Ein überwältigender Sieg. Das lehrt Sie das fürchten. Das laden wir auf der Zunge. In Edo haben wir... Den haben wir herausgenommen, ja. In Peking der Spion. Ihr geht jetzt mal ein bisschen weiter nach oben. Wir müssen schauen, wo die nächste Stadt hier ist. Krieg haben Russland und Mongolen. Sehr schön. Das will ich mir jetzt ansehen. Diplomatie. Russland. Also. Wenige Feinde kann man schon nicht haben. Das ist ja Wahnsinn. Ihr habt sehr schöne Verbündete weit weg. Genau. Oh je. Tja. Russland. Bye bye. Oh nein. 250 Unterhalt. Haff kackig. Das wäre knapp. Das wäre knapp. Wieso muss das so schwer sein? Bin auf dem Weg. Kommt da nicht einig. Einmal war. Haha. Also diese Aufnahmesession sind wir gewachsen. Wohin geht ihr? Drei, vier haben wir auch eingenommen. Cool. Also jetzt haben wir schon ein gigantisches Reich. Das kam. Da können wir nichts sagen. Das ist jetzt wirklich super. Mein Herr. Das erste Mal gehen wir hier hoch. Kampfmann. Wir werden hier mal alles in Ordnung bringen. Sonst greifen wir halt noch was an. Suchen die nächste Stadt. Und breiten uns auch hier unten ein bisschen. weiter aus. Ja. Und mit diesem Boot sollten wir schon noch ein bisschen nach weiteren Zivilisationen noch nicht entdeckt wurden. Schauen, damit wir hier wenigstens mal ein bisschen sicheres Plätzchen haben, wenn mal mehr Reiche gegen uns kämpfen. wenn wir natürlich hart verlieren. Ja. es war relativ leicht. Es sah aber wirklich aus, als ob wir wirklich hart verlieren werden könnten. Aber trotzdem eben momentan ist es noch leicht. Das ist gut so. aber wenn wir in Europa ankommen, dann ist Fertigschluss. Dann ist wirklich da müssen wir wirklich sehr gut strategisch vorgehen. Okay. Ja. Und da zeige ich dann euch noch ein paar gute Taktiken, die wir hier jetzt wirklich gar nicht gemacht haben. Aber auch nicht mussten. Ja. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Bye-bye.